Männer können so grausam sein, verstehst du? Ja, Männer, über uns Männern hängt ein ewiges Damokleschwert. Als Mann musst du immer der Erste sein, bei Männern zählt kein Zweiter. Und das verdammt beste erste Mal in der Geschichte der Menschheit, das war der erste Mann auf dem Mond. Neil Armstrong, 1969, springt auf die Oberfläche so. Ein kleiner Schütz für mich, ein großer Schütz für die Menschheit, weißt du? Jawoll, ich bin. Wer erinnert sich noch an den zweiten Mann auf dem Mond? Zwei, drei, erinnert sich noch an den Loser Edwin, Buzz Aldrin. Aber kaum jemand erinnert sich an die ersten Worte vom zweiten Mann auf dem Mond. Servus, ich bin der Buzz, ist die Kamera überhaupt noch angelegt? Legt mich durch den Eben oder zweite Ausschläge. Aber der größte Loser der Menschheitsgeschichte, das war der dritte Mann des Mondlandungsfluges von 1969. Michael Collins, dieser Mann, der um den Mond kreisen musste, um die beiden danach wieder abzuholen. Bis zum Mond fliegen und nicht einmal landen dürfen. Ja, wie auch ohne Turnbeutel. Und ich hab mich oft gefragt, hey, wir haben dir das damals entschieden, wie er als erster aussteigen darf auf dem Mond. Drei Männer fliegen 30 Milliarden Kilometer zum Mond. Jeder von den dreien weiß, hey, wenn ich als erster aussteige, bin ich der berühmteste Stecher der Menschheit bis in alle Ewigkeit. Ich kann nicht glauben, dass drei Männer 40 Milliarden Kilometer zum Mond geflogen sind und die es dann vorher in der Raumkapsel entspannt ausdiskutiert haben. Hey, Neil, magst du nicht, du als erster Napa hast, ist eh so kühl draußen. Hey, Michael, wie schaut's mit dir aus? Da, ich fliege lieber drüber. Drei Männer fliegen 60 Milliarden Kilometer zum Mond. Und ich glaube auch nicht, die ersten Worte von Neil Armstrong. Nein, das ist für mich groß, das ist für die Menschheit. Neil Armstrong war ein Mann, das ein Mann nach 70 Milliarden Kilometern einen intelligenten kurzen Satz formuliert. Wer soll das denn glauben, bitteschön? Ein echter Mann nach 80 Milliarden Kilometern kommt da oben an so Wow, ist dies geil hier. Ole, ole, ole. Bass, hey, Bass. Du, Bass, leg mal ein bisschen Musik auf. Erster. Alle. Hey, ich kann jetzt jede haben. Hey. An alle Frauen da unten, Baby. Also, schau mal mit dem ersten Mann auf dem Mond. Ein kleiner Stoß für mich, ein großer Pop für die Menschen. Tick, die. Hallo, Michael, da oben. Ich hab da einen Turmbeutel dabei. Schau mal, was ich kann. Ich bin Neil Hendricks. Ja. 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 Hey, Bass, ich brauch noch ein bisschen. Hey, Papst, du da unten auf der Erde, wenn du unfehlbar bist, dann mach mir das hier mal. Das ist mein Mund. Bass, jetzt bist du dran. Und ihr, ihr habt jetzt Pause. Das ist mein Mund. 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 Bis zum nächsten Mal.